Canna Maverick, Polaris RZR und Yamaha YXZ aufgepasst. Honda steigt ins Side-by-Side-Segment ein und zwar mit den Modellen Talon 1000X und Talon 1000R. Mit gleichen Rahmen und Motoren ausgestattet besitzen die beiden Talon-Modelle unterschiedliche Radstände und Federungssysteme, die für verschiedene Anwendungen ausgelegt sind. Der Talon 1000X ist mit einer Breite von 1626 mm und Federnwegen von 371 bzw. 399 mm das wendiger und präziser zu handelnde Modell, während der 1000R mit einer Breite von 1737 mm und 434 bzw. 511 mm Federwegen für höchste Performance im schweren Offroad bei hohem Speed ins Rennen geschickt wird. Knackpunkt an den Honda Side-by-Sides ist allerdings ihre Kraftübertragung an die Hinter- bzw. Zuschaltbar auch an die Vorderräder. Statt einem Riemen wie bei Canna Maverick und Polaris tut hier Hondas Hightech-Doppelkopplungsgetriebe DCT seinen Dienst. Es bietet zwei Automatik-Modi, Drive und Sport und kann auch manuell über Schaltpaddles am Lenkrad bedient werden. Die Preise will Honda im Januar 2019 bekannt geben. Der Honda Talon 1000X soll ab Frühjahr 2019 lieferbar sein, der 1000R soll im Herbst 2019 folgen, allerdings nur in den USA. Honda Deutschland hat sich noch nicht dazu geäußert, ob die Side-by-Sides überhaupt nach Europa importiert werden.